Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich Pommes mit Nutella. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier sind die Pommes. Ich packe die Pommes aufs Blech. Ich mache den Pommes an. Ich packe die Pommes an. Jetzt machen wir 10 bis 15 Minuten. Und ich werde gleich wieder. Ich finde die Pommes sind sehr lecker aus. Es dauert noch ein bisschen. Und ich merke mich dann auch gleich wieder. Ich finde die Pommes sehen sehr gut aus. Ich schaue mal was die Pommes machen. Und ich würde sagen sie sind fertig. Und ich packe sie jetzt auf dem Teller drauf. Ich werde mich jetzt auf dem Teller drauf befest. Ich werde das Pommes machen. Ich werde das Pommes machen. Ich werde das Pommes machen. Und ich mache jetzt Mitteln drauf. Und ich mache das Pommes mit Mitteln drauf. Ich werde euch das mal testen. Ja lecker! Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach ein Abo da und ein Like. Und ich merke mich dann im Gespräch wieder bei dem nächsten Video.